Gut, dass ich es schon genommen habe. Schreit mich nicht an, ich schrei zurück! Cricket! Oh, ich bin schon in die Ecke gefallen. Wow, ich habe sogar beide auf einmal getroffen. Jetzt ist er da. Ja, alles klar. Jetzt ergibt alles Sinn. Hm, hm, hm. Gut. Nein. Die Herzen sind gerade kleiner geworden. Fies. Okay, dann mal zu ihm hin. Da lang. Bitte. Die mögen mich da einfach nicht so. So, der ist weg. Der ist auch weg. Oh mein Herz. Hi, 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 hi. Gut. Lag also alles nur daran, weil wir natürlich den ersten Flur übersehen haben. Darauf hätte man auch kommen können. Aber egal. Dafür ist jetzt hier alles clear und so. Und wir kennen die ganze Gegend schon. Wo, naja, soviel zum Thema alles clear. Na, jetzt. Du hast Glück, dass ich gerade vorbeikam. Wieso? Ich wollte gerade sagen, du hast Glück, dass du mich gefunden hast. Hier ist die letzte Zutat. Brause. Wenn wir uns sehen, gibt's immer Ärger. Siehst du irgendwo etwas Riesenwuchs? In dem Fläschchen dort auf dem Bord ist was. Bring ein paar Blüten mit. Dann können wir loslegen. Okay. Das nehmen wir noch eben mit hier. Das auch. Dann haben wir die Zutat. Und jetzt können wir noch in den anderen Flur gehen und da schnell die Blüten holen. Das wissen wir schon, dass die da stehen. Öh. Manchmal ist das ein bisschen komisch hier. Hm, hier meckert keiner. Aha. Da wächst ein Lolli. Das ist ja der Hammer. So, den nehmen wir uns mit. Jetzt sollten wir alles haben. Cool. Hm, treffen wir uns jetzt in diesem Alchemie-Raum wieder? Ich würde sagen, ja. Komm, auf zu schreien. Jetzt, ja. Uh. Check. Okay, gucken wir mal kurz, ob er hier wieder steht. Ja. Er gibt doch Sinn. Mit diesem Gerät können wir den Trank mischen. Sonst ist es sowieso zu nichts nütze. Zeit zu gehen. Aber durch das Observatorium. Kehre von dort ins Dorf zurück. Dieser Stern wird dir helfen. Er kann dir so manche Tür öffnen. Yay. Ein Stern. Den nehmen wir uns mit. Und speichern. So, jetzt also durch das Observatorium, welches ja, ähm, in der Bibliothek war. Da geh ich jetzt noch eben hin. Und dann werde ich erstmal eine Pause einrichten. Ach komm. Eko Mio. Und. Dann beim nächsten Mal weiterspielen. Ich geh da jetzt lieber hin, bevor ich beim nächsten Mal nicht mehr weiß, wo das Observatorium war. Ich kenn mich. So, dann einmal da lang. Was ist das hier? Ich spiele euch gar nicht, oder? Was ist das? Ah, der Teufelswürfel. Ein Wort der Warnung. Würfe nicht, wenn du allein bist. Die Teufel sind nicht loyal. Und sie haben abartige Essgewohnheiten. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Hat mich da runter gestoßen. Ganz toll. Den will ich aber trotzdem haben. Her damit. Oh. Bisschen nervig, die Viecher. Äh. Ach komm. Jetzt verrenkt doch. Mann, 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 Mann. Woher kam die vorhin eigentlich? Ah. 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 Der Teufelswürfel. Ein Wort der Warnung. Würfe nicht, wenn du allein bist. Okay. Die Teufel sind nicht loyal. Und sie haben abartige Essgewohnheiten. Fiese Teufel. Ja. Oh nein. Ach, leck mich. Oh. Ätzend. Kann doch nicht wahr sein. Diese Viecher nerven mich. Mann, ich will doch nur diesen Scheißwürfel haben. Kann doch nicht wahr sein. Dann kickt er mich da jedes Mal runter. Das dachte ich gerade von wegen, oh ich spring da fix rüber. Und dann passt das schon. Aber scheinbar nicht. Ah. Der Teufelswürfel. Ja, das wissen wir, dass das der Teufelswürfel ist. Ein Wort der Warnung. Würfe nicht, wenn du allein bist. Die Teufel sind nicht loyal. Und sie haben abartige Essgewohnheiten. Scheiß Teufel. Birx. Jetzt ist es, es stirbt. Alter, wie viele kommen denn da? Ah. Neffige Drecksviecher. So. Was macht der Würfel jetzt? Äh. Ich habe ihn aus Versehen gewürfelt. Als die Viecher kamen. Ach. Scheiß. Egal, macht nix. Wollen wir mal hier so lange nicht fertig werden. Gibt ja noch einer. Und du da auch noch. Wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder raus? Das ist der erste. Eigentlich musste ich ja dadurch rauskommen, oder? Hallo? Einmal nicht. Mh. 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 Vielleicht muss ich tatsächlich erst nach ganz oben. Aber da war nur die Tür, die immer klapperte. Komisch. Äh. Äh, tja. Jetzt hat sich ja alles resetet, oder was? Beziehungsweise den Stern müsste ich doch eigentlich haben, nach dem Speicherstand hier. Wie, wenn nicht. Ich spring da gerade noch mal kurz in den ersten Flur. Moment. Weil ich wundere mich jetzt gerade, dass hier alle wieder stehen. Ist doch ein bisschen seltsam. Hä, das kann doch nicht wahr sein. Warum steht der da oben wieder? Moment. Äh, äh? Ich hab da vorne auf Speichern gedrückt, ganz sicher. Und dieses Spiel. Oh, wie fies. Jetzt muss ich das noch mal machen. Ich hab... Oh, nö. Kann doch nicht wahr sein, hey. Warum? Frage ich mich, warum? Ich verstehe es nicht. Tja, Freundin, da müssen wir das wohl noch mal sammeln. Äh, ha, ha, ha. Das ist ein bisschen doof an so alten Spielen. Ich schiebe das jetzt einfach mal aufs alte Spiel, weil ich bin mir ganz sicher, dass ich gespeichert habe. Das ist doch alles beschiss. Die Turnhalle ist sicher. Wächter treiben keinen Sport. Sie müssen ihr Gewicht halten. Sport mochte ich noch nie. Ich muss doch kein Trikot anziehen, oder? So, komm, weg damit. Was? Du bist hübsch, wenn du zornig bist. Deine Feinde haben Glück, dass du nicht immer so bist. Du hast auch Glück. Rote Augen stehen zu wenigen. guter mixen wir den scheiß jetzt noch schnell zusammen ich will das nicht sehen will das nicht sehen also auf in den zweiten flur jetzt aber erst mal fertig machen also hoch jetzt muss ich mir das genau hoch da dann rein mann mann doof speicher der vorsichtshalber mal man weiß ja nie gerade gelernt jetzt noch gar nicht hin müssen muss ja den zweiten egal macht nix da zweiter alles klar hey super freund das können wir überspringen sehr schön nehmen wir uns das wundermittel mit gehen schnell in den garten und ja verspeichere ich noch mal guten tag wunderbare kricket krockett schläger wieder ich finde das so seltsam ein rätsel ein rätsel wann gleicht ein krockett schläge einen billiardschläger genau wann immer du willst das war jetzt nicht ganz zu beabsichtigt nein ach nö jetzt werde ich zu eilig gerade hallo hallo warum die speicher punkte voll oder verstehe ich das jetzt gerade nicht guck mal hä hä jetzt bin ich wieder am anfang oder was moment ich speicher jetzt mal hier so das ist ja nicht warum nicht warum taucht das denn da jetzt nicht auf kann nicht wahr sein jetzt ist es da aber das quick speichern scheint irgendwie nicht zu funktionieren machen wir es hier nochmal 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 ok ok äh da ja die quick safes scheinen nicht zu gehen das ist ja toll wozu gibts denn diese funktion wenn sie eh nicht funktioniert haha ah schön ok naja dann werde ich das jetzt nochmal ohne euch spielen ihr müsst euch das nicht schon wieder angucken ihr kennt das ja alles ich mach das gleich bis zu der stelle wo ich den stern bekomme und dann sehen wir uns einfach beim nächsten mal wieder bis dahin und ich hoffe ich kriege die quick safe funktion irgendwie hin äh gut bis dann tschüss freund Bis zum nächsten Mal.